Wir unterhielten uns ja bereits des Öfteren über die Frage nach der Datierung der vier neutestamentlichen Evangelien. Nun ist es ja so, dass wir festgestellt haben, dass das traditionell von sogenannten Liberalos und von radikalen Bibelkritikern hervorgebrachte Argument für eine Spätdatierung der neutestamentlichen Evangelien nicht trägt und nicht solide ist. Denn es wird letzten Endes immer so datiert, dass angeblich ja bereits nach 70 das Ereignis der Zerstörung des Jerusalemer Tempels rezipiert würde in den neutestamentlichen Evangelien und das würde sich ja konkret in Jesu Ankündigung der Zerstörung Jerusalems manifestieren. Nur, dass der Tempel Jerusalems zerstört würde und wie das vonstatten ging, haben viele andere Propheten ebenfalls vorhergesagt, weil es eine jüdische Tradition war. Und wir haben auch gesehen, dass das eben in festem Zusammenhang damit steht, dass Gott die Menschen damit bestraft für ihr Ungehorsam. Also auch das ist rein theologisch nichts Neues. Und wenn wir uns genauer ansehen, und das haben wir ja bereits getan, als wir uns über die Entstehung der neutestamentlichen Geschichtsbücher vor 70 unterhielten und die Spätstatire-Argumente widerlegten, da haben wir ja konkret festgestellt, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts in den Endzeitreden Jesu darauf hindeutet, dass jemand nachträglich im Lichte dieser Ereignisse bereits diese Rede ausgestaltet habe. Es finden sich keinerlei Erfüllungsnotizen, es findet sich kein konkretes Wissen über dieses Ereignis, Denn das, was Jesus hier vorhergesagt haben soll, das ist das, was in vielen anderen Kriegen bereits vorher und nachher immer wieder passierte. Das bedeutet, man muss noch nicht einmal, man muss noch nicht einmal, ich kann das immer nur wieder deutlich aussprechen, man muss noch nicht einmal einen prophetischen Geist Gottes, der dahinter steckt, vorhersehen oder voraussetzen, um diese ganzen Vorhersagen und somit auch das neutestamentliche Geschichtswerk vor 70 zu platzieren. Haben wir natürlich auch festgestellt, dass die Autorschaft der neutestamentlichen Evangelien, ja, zwei zum Beispiel, Matthäus und Johannes, die wurden von den Aposteln Matthäus und Johannes verfasst, das Markus-Evangelium vom Petrus-Dolmetscher Johannes Markus und das Lukas-Evangelium von dem Lukas, der Paulus auf seinen Reisen begleitete. Dafür gibt es interne Evidenz, dafür gibt es aber auch zahlreiche externe Evidenz bei den Kirchenvätern. Im Falle des Markus zum Beispiel schon aus dem ersten Jahrhundert bei Papias von Hierapolis. Und auch darüber haben wir uns ja bereits unterhalten und festgestellt, dass die Kirchenväter-Referenzen historisch zuverlässig sind. Wem also sollen wir glauben? Das nur mal so als vorformulierte Bemerkung. Wem sollen wir eher glauben? Den Kirchenvätern, die Kontakt zu den Aposteln hatten und Menschen kannten, die die Apostel noch kannten und die früh bereits bezeugen, im Zusammensein mit übrigens der internen Evidenz und der Manuskript-Evidenz, dass die Evangelien vor 70 von apostolischen Autoritäten verfasst wurden oder irgendeinem Mann oder irgendeiner Frau, die in den 2000ern, die im 21. Jahrhundert sagt, ja, weil da ja in der Endzeitrede bereits dieses dramatische Ereignis rezipiert würde, naja, also müssten die Evangelien allesamt nach 70 entstanden sein und die Apostelgeschichte auch. Schwachsinn. Wir vertrauen den Kirchenväter-Referenzen, die den damaligen historischen Zeitgeist viel besser erfassen. Nicht nur nach einer Prüfung können wir das feststellen, das erschließt sich ja schon rein logisch aus der Beobachtung, dass diese bereits früh schreiben. Das ist nicht irgendetwas, was im 5. Jahrhundert sich ein paar Leute zusammengesporren haben, sondern was bereits im Ende des ersten, Anfang des 2. Jahrhunderts zahlreiche Kirchenväter geografisch verstreut und unabhängig voneinander bezeugten im Einklang mit der Manuskript-Evidenz, im Einklang mit der internen Text-Evidenz. Das nur eben als Vorbemerkung. In diesem Beitrag wollen wir uns nun über das Zeugnis des Irenaeus von Lyon unterhalten, der uns als ebenfalls frühe Kirchenvater des 2. Jahrhunderts ein überragendes Zeugnis darüber gibt, wie die neutestamentlichen Evangelien entstanden sind. Und jetzt diesen ganzen Liberalo-Quatsch von Oermann und was auch immer einfach mal beiseite gelegt. Hören wir uns an, was Irenaeus uns sagt und prüfen dann, ob das historisch zuverlässig ist. Denn wenn sich herausstellen sollte, dass Irenaeus uns historisch zuverlässig Hinweise über die neutestamentlichen Evangelien gibt, warum um alles in der Welt soll ich dann bei der Entstehung der neutestamentlichen Evangelien eine oberflächliche Wikipedia-Recherche oder ein Bad Oermann-Buch zur Hand nehmen? Schauen wir uns die Geschichte von vorne an. Die Namen der Evangelisten werden in den altkirchlichen Quellen häufig erwähnt. Das gilt für alle vier neutestamentlichen Evangelien. Da sind sich alle Kirchenväter auch einig, wer sie geschrieben hat, nämlich bereits besagte apostolische Autoritäten. Von der Entstehungszeit der Evangelien ist nur selten die Rede. Und während die Namen zweier Evangelisten bereits zu Beginn des 2. Jahrhunderts von Papias genannt wurden, stammt aber unsere älteste Angabe über die Entstehungszeit der Evangelien aus dem letzten Viertel des 2. Jahrhunderts. Und neben den ältesten Evangelienprologen ist unser frühester Zeuge für diese Entstehungszeit der Evangelien der Kirchenvater Irenaeus von Lyon, der um 180 nach Christus zu Beginn des dritten Buches seines mehrbändigen Werkes gegen die Irrlehren kurz auf den Ursprung der kanonischen Evangelien einging. Und bei Eusebius von Caesarea finden wir zum Beispiel eine, ja, da finden wir in seiner Kirchengeschichte noch eine, aus dem nur in lateinischer Übersetzung überlieferten Werk des Irrhenäus noch im griechischen Wortlaut erhalten gebliebene Originalstimme. Ja, Irrhenäus schreibt das, was ich nun zitieren werde und was wir uns nun anschauen werden, in Adversus Heresis, Buch 3, 1, 1. Und Eusebius zitiert das in seiner Kirchengeschichte, Kapitel 5, 8, 2 bis 4. Was schreibt Irenaeus? Irenaeus schreibt, Matthäus gab zwar eine Evangelienschrift unter den Hebräern in ihrer eigenen Sprache heraus, während Petrus und Paulus in Rom das Evangelium verkündigten und das Fundament der Kirche legten, Nach deren Exodus aber hat uns Markus, der Schüler und Dolmetscher des Petrus, die Predigt des Petrus schriftlich übergeben. Aber auch Lukas, der Begleiter des Paulus, legte das von jenem verkündigte Evangelium in einem Buch nieder. Dann gab auch Johannes, der Schüler des Herrn, der auch an seiner Brust lag, das Evangelium heraus, während er sich in Ephesus in Asien aufhielt. Nun noch eine kleine Vorbemerkung zu dem. Hier sieht man ganz klar, dass die frühe Kirche bereits früh über die Verfasserschaft der neutestamentlichen Evangelien durch apostolische Autoritäten Bescheid wusste und auch davon überzeugt war. Was zeigt und was sagt uns das? Naja, das zeigt uns ja schon mal nichts Geringeres als das, dass der frühen Kirche sehr wichtig war, wer diese Schriften geschrieben hat und wer sie verfasst hat. Und wenn man die alte Kirche genau studiert, dann wird man feststellen, dass die Kirchenväter radikal trennten zwischen einer Schrift, die inspiriert war, die von Gott inspiriert war, die einer apostolischen Autorität gehörig war und den Schriften, die später dem Ganzen nur zugeschrieben wurden. Gute Beispiele sind Petrus Evangelium, Philippus Evangelium, Evangelium der Maria und dieses ganze gnostische Schrifttum, das eben von der frühen Kirche als heretisch abgelehnt wurde und zwar scharf. Warum? Weil es gewisse Kriterien in der frühen Kirche gab. Verfasserschaft durch apostolische Autorität, frühe Verfasserschaft und Basis auf Zeugen und auf historischer Realität. Und da sind die Evangelien eben ganz vorn mit dabei, während solche Werke wie das Petrus Evangelium ausscheiden. Und wie man sieht, die Kirchenväter waren keine Menschen, die einfach blind irgendetwas hinterher hatten und sagten, oh Petrus Evangelium, oh der nennt sich Petrus, also muss er Petrus sein. Nein, die haben das ganz genau geprüft und sind aufgrund dieser strengen Prüfung zum Schluss gekommen. Die Schriften, die wir heute im Neuen Testament haben, sind inspiriert, gehen auf apostolische Autorität zurück und die anderen, die das zwar behaupten, aber zeitlich weit weg sind und den Evangelien teils widersprechen mit irgendwelchem sinnlosen Mist, ja die sind es eben nicht und dann brauchen wir denen auch gar nicht erst weiter hinterher rennen. Die sind nicht blind irgendetwas hinterher gerannt, die haben konkret eben Fakten gehabt, denen sie dann auch Vertrauen geschenkt haben, nachdem sie das Ganze geprüft haben. Jetzt zu diesem Abschnitt. Bemerkenswert sind die von Irenaeus verwendeten Verben. Genau genommen bestimmte Irenaeus nicht den Zeitpunkt der Abfassung der Evangelien, sondern den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Evangelien. Das bedeutet, als die Evangelien in Umlauf gebracht wurden, da waren sie logischerweise längst verfasst. Nun ist eindeutig dies beim zuerst genannten Matthäus Evangelium und dem die Auflistung abschließenden Johannes Evangelium deutlich. Die Verben bezeichnen in solchen Zusammenhängen hängen in der Regel die Publikation eines Werkes, die auf seine Niederschrift folgte. Und der lateinische Übersetzer gebrauchte beide Male das Wort Edere. Schon der Wechsel zwischen den beiden griechischen Synonymen zeigt, dass der Autor um stilistische Variation bemüht war. Auch die beiden parallel für das Markus und Lukas Evangelium verwandten Formulierungen wird man daher im Sinne der Veröffentlichung deuten dürfen. Und die Veröffentlichung eines Buchs, die vollzog sich in der Antike und bis zur Erfindung des Buchdrucks durch die aktive Freigabe des Manuskripts zur Abschrift. Und der Autor übergab oder versandte Exemplare seines Werkes Geschenk oder leihweise an Freunde und Bekannte, damit diese es abschreiben oder abschreiben lassen konnten. Das wurde dann natürlich auch geprüft, weil sonst wurde das Ganze erst gar nicht hergegeben. Die antiken Leser eines Buchs verbreiteten es durch Vervielfältigung. Und wer ein Buch irgendwoher oder auch vom Autor selbst erhielt, konnte es nach Gebrauch weitergeben oder doch wenigstens die Abschrift, die er sich gemacht hatte. Und ein Autorrecht gab es nicht. Die Bücher wurden und waren, sobald der Autor aus der Hand gegeben hatte, vogelfrei. Auf diese Weise konnten Bücher dann eben ohne Hilfe der Buchhändler in kurzer Zeit in der ganzen Stadt in vielen Exemplaren verbreitet sein. Zu beachten ist, dass die Abfassung und die Veröffentlichung eines Buchs in der Antike wie heute zeitlich auseinanderfallen konnten. Zum Beispiel hat Plinius in Epistole 183 bereits gesagt, nach deiner Verbesserung werde ich mich frei entscheiden, die Rede herauszugeben oder zurückzuhalten. Auch Catullus berichtet im ersten Jahrhundert vor Christus in seinem Lobgedicht auf Zinner, der Dichter habe sein Hauptwerk mit dem Titel Smyrna erst mit einer Verzögerung von neun Jahren herausgegeben. Während dieser Zwischenzeit konnte ein Autor an seinem im Grunde abgeschlossenen Werk noch kleine Nachbesserungen vornehmen und auf den für die Veröffentlichung geeigneten Zeitpunkt warten. Cicero besprach häufig mit seinem Freund Atticus, wann der beste Zeitpunkt für die Publikation eines Werkes denn gekommen sein dürfte. Cicero Articus 8, 32, 2 Da schreibt er, meine Schriften wünsche ich nirgends lieber zu sehen als bei dir, aber sie dürfen erst dann hinausgehen, wenn wir beide es für richtig halten. Gelegentlich überließ Cicero dem Articus sogar die Entscheidung, wie lange eine fertiggestellte Schrift zurückzuhalten, naja und wann sie zu veröffentlichen sei. Die Broschüre habe ich dir zugestellt. Ob du sie zurückhalten oder herausbringen wirst, willst, überlasse ich dir. Wann wird es soweit sein, dass du glaubst, sie herauslassen, Edendam zu dürfen? Ja, das schreibt er eben da und zwar in 16, 8, 1. Und den Angaben des Irenaeus zur Evangelienentstehung zufolge, ist es also möglich, dass die Evangelisten bereits in den Jahren oder sogar Jahrzehnten vor den von ihm genannten Zeitpunkten der Veröffentlichung an ihren Texten gearbeitet haben. Zur Abschrift und zur kirchlichen Verwendung freigegeben und damit veröffentlicht, wurden sie aber jeweils zu der von ihm angegebenen Zeit. Als chronologischen Bezugspunkt für die Veröffentlichung der Evangelien wählte Irenaeus den in Anführungszeichen Exodus der Apostel Petrus und Paulus. In unterschiedlichen Kontexten kann das griechische Wort, das Herausgehen, das Fortgehen unterschiedliche Bedeutungsnuancen haben. Ja, je nachdem, was für ein Ort oder Zustand verlassen wird. Ja, zum Beispiel im Alten Testament Auszug oder Abreise aus einem Land, wird der Mutterleib verlassen, dann natürlich die Geburt und verlässt ein Mensch das Leben, kann Exodus auch Tod bezeichnen. Nun, einige Forscher sind der Meinung, bei Irenaeus bezeichne das Wort Exodus die Abreise der Apostel Petrus und Paulus aus Rom. Die Angabe des Irenaeus könnte sich auf eine Urfassung des Markus-Evangeliums beziehen, die nach der Abreise des Petrus aus Rom entstand. An was für eine Reise des Petrus Irenaeus denkt, wurde von John Robinson aus der Kombination eines Hinweises des Eusebius und des Hieronymus über einen Rom-Aufenthalt des Apostels Petrus unter Kaiser Claudius 51-54 nach Christus mit der Angabe der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15-12. Petrus habe sich Ende der 40er Jahre in Jerusalem aufgehalten, quasi vermischt. Die von Irenaeus erwähnte Urfassung des Markus-Evangeliums sei daher um 45 nach Christus zu datieren. John Wenham hat sich Robinsons Deutung des Exodus angeschlossen und die Angabe des Irenaeus auf die heute vorliegende Endfassung des Markus-Evangeliums bezogen. Demnach wäre das Markus-Evangelium noch in den 40ern veröffentlicht worden. Nun hat Earl Ellis auf ein Problem hingewiesen und zwar auf das, dass Irenaeus die Publikation des Markus-Evangeliums zeitlich an den Exodus bei der Apostel anknüpft, Paulus aber erst um das Jahr 60 nach Christus erstmals die Stadt Rom betreten hat. Und nun wird daher angenommen, dass Irenaeus sich auf eine Reise bezieht, die Paulus nach seiner Freilassung aus seiner ersten römischen Gefangenschaft um 63 nach Christus von Rom nach Spanien geführt hat. Die in Römer 1524 in Aussicht genommene Spanienreise des Paulus ist seit Clemens Romanus, 1. Clemens 5,7, Paulus kam bis an die Grenzen des Westens, und durch den Canon Muratori, Canon Muratori, Zeile 38 bis 39, und Eusebius ebenfalls, Historia Ecclesiastica 2,22,2, bezeugt. Das Markus-Evangelium sei nach dieser Abreise Mitte der 60er Jahre veröffentlicht worden. Von einer auch nur entfernt gleichzeitigen Abreise des Petrus aus Rom weiß die Überlieferung jedoch nichts, und so ist Ellis gezwungen, die Aussage des Irenaeus gleichzeitig auf die Abreise des Petrus um 45 nach Christus und die Abreise des Paulus um 63 nach Christus zu beziehen. Da wird allerdings eine zeitlich hohe Spannung letzten Endes dann auch hineingelegt. Und welchen Sinn sollte im Rahmen dieser Deutung die vorangehende Aussage haben, dass Matthäus' Evangelium sei verfasst oder veröffentlicht worden, während Petrus und Paulus in Rom evangelisierten und das Fundament der Kirche legten? Während einer im weiteren Sinne gleichzeitige Abreise des Petrus und Paulus aus Rom in der antiken Überlieferung nicht bezeugt ist, fließen die Informationen über den Tod der beiden Apostel in der Hauptstadt reichlicher. Nun, gegen die Deutung von Exodus als Tod wurde eingewandt, dass Irenaeus den Tod in aller Regel anders nannte, in seinem dritten Buch 38 Mal, während die Bezeichnung des Todes als Exodus dem nachweisbaren Wort gebrauchtes Irenaeus widerspreche. Tatsächlich weist die Evangeliennotiz des Irenaeus allerdings noch weitere sprachliche Besonderheiten auf. Diese rühren aber daher, dass Irenaeus hier aller Wahrscheinlichkeit nach eine Quelle zitiert hat. Der übliche Sprachgebrauch des Irenaeus kann daher nicht gegen die Deutung von Exodus als Tod angeführt werden. Ja, und naja, nun, Tertullian zufolge starben beide Apostel in Rom während der Regierungszeit Neros, 54 bis 68 nach Christus. Ja, und so in dem Zeitraum, dann würde das eben in die 50er bis 60er immer noch fallen, ja. Die Angabe des Irenaeus nach deren Tod wird man darüber hinaus kaum dahingehend pressen müssen, dass er an eine parallele Predigtätigkeit und ein zeitgleiches Martyrium gedacht hat. Aus der Bezugnahme des Irenaeus auf den Tod des Petrus und Paulus in Rom lässt sich nicht mehr ableiten, als etwa aus einem Satz, worin von der Zeit gesagt wäre, da Hegel und Schleiermacher in Berlin lehrten, und aus einem zweiten Satz, worin von der Zeit nach dem Tode der beiden großen Lehrer die Rede wäre, so schreibt Zahn zum Beispiel. Historisch möglich wäre auch die gegen Ende des zweiten Jahrhunderts entstandenen Petrus-Akten zugrunde liegende Abfolge. Petrus trifft erst nach der Abreise des Paulus nach Spanien in der Hauptstadt Rom ein und wird dort nach längerer Wirksamkeit gekreuzigt, offenbar noch vor der Rückkehr des Apostels Paulus. Irenaeus datierte die Veröffentlichung der Evangelien nicht anhand eines konkreten Zeitpunkts, sondern allgemeiner anhand eines mehrere Jahre umfassenden Zeitfensters. Die Predigtätigkeit der beiden Apostel in Rom dauerte maximal von 60 nach Christus, dem Jahr der Ankunft des Paulus in Rom, bis 68 nach Christus, dem Todesjahr Neros. Allerdings dürften Petrus und Paulus bereits um 64 oder vielleicht noch früher, aber wohl kaum später das Materium erlitten haben. Das bedeutet, es könnten sich daher folgende Datierungen der kanonischen Evangelien ergeben. Das Matthäus-Evangelium wurde ab 60 nach Christus veröffentlicht in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Zu beachten ist, dass Irenaeus dies nicht vom griechischen Evangelium, sondern von einer semitischen Urfassung desselben behauptet hat. Das Markus-Evangelium ist publiziert worden in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Die Veröffentlichung des Lukas-Evangeliums hat Irenaeus nicht explizit mit einem chronologischen Bezugspunkt in Verbindung gebracht. Dass er es neben die beiden anderen Synoptiker stellte, könnte bedeuten, dass er es ebenfalls in die 60er Jahre datieren wollte. Das Johannes-Evangelium wurde laut Irenaeus nach den drei synoptischen Evangelien publiziert, in welchem zeitlichen Abstand bleibt jedoch offen. Nun ist ja das schon mal ein Beleg dafür, dass nicht nur Apostel und apostolische Autoritäten diese Evangelien früh verfassten, sondern das würde ja auch bedeuten, dass die Frühdatierung dadurch noch eine weitere Unterfütterung bekam. Und dadurch, dass Irenaeus einen besonderen Sprachgebrauch in dieser Stelle aufweist, könnte er wiederum aus einer ihm vorliegenden Quelle zitiert haben. Und prüfen wir daher jetzt, wie historisch zuverlässig das Ganze ist. Gegen die historische Zuverlässigkeit der Angaben des Irenaeus zur Evangelienentstehung wurde eingewandt, eine Aussage, die die Gründung der römischen Gemeinde den Aposteln Petrus und Paulus zuschreibt, würde wenig Vertrauen verdienen. Irenaeus behauptet, nicht nur in 3.1.1, sondern kurz darauf noch zweimal, die beiden Apostel hätten die Gemeinde in Rom gegründet. In 3.3.2 sprach er von der besonders großen und besonders alten und aller Welt bekannten, von den beiden hochberühmten Aposteln Petrus und Paulus in Rom gegründeten und organisierten Kirche. Und in 3.3.3 heißt es erneut, als die seligen Apostel die Kirche also gegründet und erbaut hatten, legten sie dem Linus das Amt des Bischofs zur Leitung der Kirche in die Hände. Diese Angaben des Irenaeus zum Ursprung der römischen Gemeinde wurden von einigen Forschern aus unhistorisch eingestuft. Allerdings muss Irenaeus aus dem ihm sicherlich nicht unbekannten Römerbrief gewusst haben, dass die römische Gemeinde bereits geraume Zeit bestand, als Paulus seine Romreise plante. Römer 1.8-15. Zur Erklärung dieses Befundes bieten sich nun zwei Möglichkeiten an. Zum einen ist es sprachlich möglich, das griechische Wort statt mit Gründen, mit Befestigen oder Konsolidieren zu übersetzen. Andererseits ist es nicht unwahrscheinlich, dass Irenaeus speziell an das apostolische Fundament der römischen Gemeinde dachte und dieses erst durch die persönliche Wirksamkeit der Apostel gegeben sah. In diesem Sinne wären also seine Angaben historisch durchaus zutreffend. Während die Angaben über die römische Gemeinde demnach die Glaubwürdigkeit der Evangeliennotiz des Irenaeus nicht grundsätzlich und fundamental in Frage stellen, lässt eine Reihe von untypischen Merkmalen vermuten, dass Irenaeus seine Evangeliennotiz nicht frei formuliert oder erfunden hat. Erwähnt haben wir ja bereits, dass der Tod durch Irenaeus sonst nie als Exodus bezeichnet wurde und die vier in 3.1.1 für die Buchveröffentlichung gewählten Werben im Werk des Irenaeus einmalig waren. Auch die Reihenfolge der Evangelien weicht in 3.1.1 von der dem Irenaeus an anderen Stellen geläufigen ab. Irenaeus bot normalerweise die Reihenfolge Matthäus, Lukas, Markus, Johannes. Zur Erklärung dieses Befundes weist man in der Regel darauf hin, dass Irenaeus das Kommentarwerk des Papias kannte und dessen Angaben über die Evangelisten Matthäus und Markus interpretiert und durch weitere Traditionen über Lukas und Johannes erweitert haben dürfte. Vergleiche zum Beispiel 5.33.4. Neuerdings wurde eine interessante Hypothese entwickelt, die dem Textbefund noch besser gerecht zu werden scheint. Dass in der Evangeliennotiz Ereignisse in der Stadt Rom, das dortige Wirken und Sterben zweier Apostel, als chronologischer Bezugspunkt dienen, lässt eine römische Perspektive der Datierung erkennen. Die Formulierung für Markus, er hat es uns übergeben, dürfte am ehesten aus dem Kreis römischer Empfänger des Markus-Evangeliums stammen. Insofern das Perfekt die Dauer des Vollendeten ausdrückt, kann man annehmen, dass das Markus-Evangelium den Sprechern dieses Satzes seit seiner Veröffentlichung vorlag, wohl im Unterschied zu den drei anderen Büchern, die erst später nach Rom gelangt sein dürfen. In 3.1.5 lassen sich noch weitere römische Traditionen vermuten, wie etwa die Bischofsliste im Buch 3.3.3. Und diese Beobachtungen legen ja die Vermutung nahe, dass die Evangeliennotiz des Irenaeus aus Rom, woher wohl, aus der Kirche aus Rom stammt. Vergleichbare chronologische Auflistungen von Werken zum selben Thema und Unternennung der Autorennamen samt ihrer Lehrer, der Abfassungszeit und der Entstehungsorte, waren in der antiken Literatur gebräuchlich. So eine Liste findet man zum Beispiel in der Vita Ptolemae. Ptolemae, ja, und da heißt es zum Beispiel als Erster unter den Griechen hat Oinopides aus Chios die Grundsätze der Astronomie schriftlich herausgegeben. Er war bekannt gegen Ende des Peloponesischen Krieges zur Zeit des Redners Gorgias und Zenons aus Elia und, wie einige sagen, Herodots des Historikers aus Halikarnas. Nach Oinopides brachte Oidoxos der Astronomie keinen geringen Ruhm. Seine Blüte fällt in die Zeit des Philosophen Platon und des Ktesias aus Knidos, der die Arzneikunst ausübte und ein Geschichtswerk verfasste. Derartige Listen, die üblich waren und die bekannt waren, und deshalb darf man auch keinen anderen Maßstab an die Irenaeus-Notiz ansetzen, dürften ihren Ursprung in den antiken Bibliotheken haben, in denen man neben Werkverzeichnissen auch Sachgruppenverzeichnisse verwendete. Die entsprechenden Merkmale der Notiz bei Irenaeus lassen es möglich erscheinen, dass es sich bei ihr um die Wiedergabe einer Bibliotheksliste handeln könnte. Da die Liste des Irenaeus zusätzlich eine römische Perspektive aufweist, liegt die Annahme nahe, dass es sich um eine bibliografische Notiz aus dem Archiv der römischen Gemeinde bzw. der römischen Gemeindebibliothek handelt. Die Evangelien-Notiz des Irenaeus wird demnach nicht erst von diesem Gegenende des 2. Jahrhunderts formuliert worden sein, sondern sie dürfte noch aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts stammen. Schließlich stellt sich die Frage, wie sich die chronologischen Angaben bei Irenaeus zu den übrigen altkirchlichen Hinweisen verhalten. Diese stammen von Kirchenvätern wie Clemens Alexandrinus, Origenes, Eusebius, Epiphanius, Hieronymus und Augustinus und finden sich in den sogenannten monarchianischen und antimarchionitischen Evangelienprologen. Es handelt sich hierbei um Vorworte, die den Evangelien in etwa 40 lateinischen Bibelhandschriften vorangingen. Donatien de Brune lokalisierte die Entstehung dieser Überschriften in Rom und datierte sie in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus. Sie hätten zu einer katholischen Ausgabe des Neuen Testaments gehört, die man als Antwort auf ein verkürztes neues Testamentsmarkions herausgab, der das ebenfalls mit Prologen ausgestattet war. Irenaeus habe die antimarchionitischen Prologe bereits vorausgesetzt. In Übereinstimmung mit de Brune erkannte auch Adolf von Harnack im Lukasprolog eine antimarchionitische Tendenz und datierte diese antimarchionitischen Prologe in die Zeit 160 bis 180 nach Christus. Schon Theodor Zahn konstantierte jedoch eine Abhängigkeit dieser Evangelienvorworte von der Kirchengeschichte des Eusebius und datierte den Ursprung der Prologe ins 4. Jahrhundert. Und nach Jürgen Regul waren die Prologe nicht gegen Markion gerichtet. Zudem enthält der Lukasprolog biografische Nachrichten, die sonst frühestens im 4. Jahrhundert nachweisbar wären. Alle Nachrichten aus den ersten christlichen Jahrhunderten stimmen mit Irenaeus darin überein, dass das semitische Matthäusevangelium das älteste ist und das Johannesevangelium nach den drei Synoptikern publiziert wurde. Variationen gibt es in den Angaben über das Markus- und Lukas-Evangelium. Das semitische Matthäusevangelium ist nicht nur nach Irenaeus, sondern auch nach Clemens Alexandrinus, Origenes, Epiphanius, Hieronymus und dem monarchianischen Prolog das älteste. Das griechische Matthäusevangelium haben die Kirchenväter nicht datiert. Ja natürlich, der Levi Matthäus war ein Steuereintreiber und Zöllner gewesen und kannte sowohl die hebräische und aramäische, also die semitischen Sprachen, als auch die griechischen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass er schon damals mit seiner Wachstafel immer, weil zum Beispiel bei der Bergpredigt dastand und das Ganze dann auch sich mitschrieb und sich Notizen machte, was Jesus tat, was Jesus sagte, was er lehrte und was er in Gleichnisform eben den Aposteln übermittelte, sodass diese es in ihr Gedächtnis gut einprägen konnten oder auch gut aufschreiben konnten. Somit dürfte das auch nicht ausgeschlossen werden und ist auch keineswegs gegen die historische Zuverlässigkeit der Irenaeus-Notiz einzuwenden. Johannes nimmt nicht nur bei Irenaeus, sondern auch bei Clemens Alexandrinus, Origenes, Eusebius, Epiphanius, Hieronymus und dem monarchischen Prolog den chronologisch letzten Platz ein. Ein Jahr oder Jahrzehnt, in dem das Johannes-Evangelium veröffentlicht wurde, hat jedoch keiner der Kirchenschriftsteller genannt. Und im Blick auf das Markus-Evangelium sind die ältesten Zeugen gespalten, sowohl im Blick auf die Frage, ob es vor oder nach dem Lukas-Evangelium entstand, als auch hinsichtlich der chronologischen Verknüpfung mit dem Tod des Petrus. Zur Frage, ob Markus vor oder nach Lukas schrieb, hat Irenaeus keine explizite Angabe gemacht. Dass das Markus-Evangelium älter als das des Lukas ist, behaupteten Origenes, Epiphanius, der antimarchionitische Evangelienprolog und Augustinus. Origenes zum Beispiel bei Eusebius, Epiphanius in seinem Panarion Hereticorum, antimarchionitische Evangelienprolog zu Lukas, sowie Augustinus de Consensu Evangelistarum, 113. Dagegen entstand das Lukas-Evangelium nach Clemens-Alexandrinus vor dem Markus-Evangelium. Clemens-Alexandrinus bei Eusebius, Historia Ecclesiastica, 6, 14, 5. Festhalten lässt sich, dass das Markus-Evangelium den Kirchenvätern zufolge nicht lange vor oder nach dem des Lukas entstanden ist. Und die Mehrheit datierte Lukas später als Markus. Dass die Quellen in dieser Hinsicht keine ganz einheitliche Auskunft geben dürfte, daher rühren, dass sich die relative Entstehungszeit der Evangelien nicht leicht bestimmen ließ. In welchem Jahrzehnt die Synoptiker entstanden waren, ließ sich relativ leicht angeben. Welches dieser eng miteinander verwandten Jesus-Bücher, die nicht in derselben Region oder Stadt entstanden sein werden, etwas früher bzw. später veröffentlicht worden war, ließ sich viel schlechter feststellen. Auch zum Zusammenhang mit dem Tod des Petrus gibt es für das Markus-Evangelium in der alten Kirche divergierende Aussagen. Die Angabe des Irenaeus Markus habe sein Evangelium nach dem Tod des Petrus herausgegeben, wird von einer kurzen Fassung des antimarchionitischen Markus-Prologs unterstützt. Clemens Alexandrinus, Eusebius, Hieronymus und eine längere Fassung des antimarchionitischen Markus-Prologs teilten dagegen mit, dass Markus' Evangelium sei noch zu Lebzeiten des Apostels Petrus verfasst und verbreitet worden. So zum Beispiel Clemens Alexandrinus bei Eusebius, Historia Ecclesiastica 6, 14, 6. Eusebius unter anderem teilte auch mit, Petrus habe die gottesdienstliche Verlesung des Markus-Evangeliums gut geheißen. Eusebius unter Berufung auf Papias und Clemens, Historia Ecclesiastica 2, 15, 1-2. Unter den Zeugnissen, die das Markus-Evangelium noch zu Lebzeiten des Apostels entstehen lassen, kann die Angabe, Petrus habe sich noch zu dessen Abfassung neutral verhalten, kaum aus der Nachricht entstanden sein, der Apostel habe die öffentliche Verlesung des Evangeliums unterstützt. Eine umgekehrte Entwicklung der Überlieferung, die die Bestätigung des Markus-Evangeliums durch den Apostel verstärkte, ist leichter vorstellbar. Dann käme der Nachricht von der Neutralität des Petrus die historische Priorität zu. Ob das Markus-Evangelium tatsächlich erst nach oder schon vor dem Tod des Petrus geschrieben und publiziert wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. Feststellen lässt sich allerdings lediglich, dass die altkirchlichen Zeugnisse die Veröffentlichung des Markus-Evangeliums kurz vor oder bald nach dem Tod des Apostels Petrus datieren. Wahrscheinlich lässt sich annehmen, dass das Markus-Evangelium bereits in Gemeinden verlesen wurde und wahrscheinlich auch bereits bekannt war, als Petrus noch lebte und dass Petrus auch wirklich seinen Segen dazu gegeben hat zum Markus-Evangelium. Aber es könnte halt sein, dadurch, dass wir ja wissen von verschiedenen Fassungen des Markus-Evangeliums, dass die heutige Fassung erst nach dem Tod des Apostels Petrus in Umlauf gebracht wurde. Die Unterschiede in den altkirchlichen Angaben zur genauen Entstehungszeit des Markus-Evangeliums entstehen in einem Kontrast zu der völligen Einheitlichkeit des frühchristlichen Urteils über den Gewährsmann und den Autor des zweiten Evangeliums. Für die Entstehungszeit der Evangelien scheint man sich nicht so stark und so früh interessiert zu haben, wie für die Frage, wem diese anonymen Schriften zu verdanken waren. Bei allen Divergenzen im Einzelnen stimmen sämtliche altkirchlichen Angaben darin überein, dass die Entstehung und Verbreitung der drei synoptischen Evangelien im zeitlichen Umfeld der römischen Wirksamkeit und des römischen Martyriums von Paulus und Petrus erfolgte, also in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, wobei dem semitischen Matthäus-Evangelium die chronologische Priorität eingeräumt wurde. Die drei synoptischen Evangelien wurden somit an den Übergang von der Generation der Schüler und Augenzeugen Jesu 30 bis 70 nach Christus zur zweiten christlichen Generation datiert, der sich 30 bis 40 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung vollzog. Erst zu diesem Zeitpunkt empfand man die Notwendigkeit, den bisher vor allem überlieferten alten Jesusstoff schriftlich festzuhalten. Über die Lebensspanne der direkten Schüler Jesu hinaus wollte man die Jesus-Tradition nicht nur mündlich überliefern. Aus dem Text der Evangelien lassen sich Hinweise zu ihrer Entstehungszeit gewinnen. Und die Apostelgeschichte endet abrupt mit dem zweijährigen Romaufenthalt des Paulus, haben wir gesehen, 60 bis 62 nach Christus. Also darf man die Apostelgeschichte 62 datieren, da man, wenn man sich das Ganze genauer ansieht, wenn man zum lokanischen Doppelwerk arbeitet und sich die Frage stellt, warum die Apostelgeschichte da abbricht, dann wird man eine Sache ziemlich schnell feststellen können. Nämlich, dass wenn man den Abschluss Apostelgeschichte 28, 30 bis 31 studiert, dass das zwar ein, naja, zunächst als unvollständig zu betrachtender Satz wäre, oder ein, ja, ein Ende, ein Ende, das man vielleicht nicht unbedingt als zufriedenstellend annehmen würde. Allerdings ist die Hypothese am wahrscheinlichsten, dass Lukas bereits vor dem Tod des Apostels Paulus gearbeitet hat, Denn die Apostelgeschichte enthält keine vergleichbaren Indizien dafür, dass ihr Autor mit einer seiner Arbeit gerissen wurde. Denn es findet sich in Apostelgeschichte 28, 30 bis 31 ein sorgfältig formuliertes Summarium. Und das deutet ja darauf hin, dass Lukas sein Werk sehr bewusst bis zum Ende eines größeren Abschnitts geführt hat, unabhängig von der Frage, ob er danach noch ein drittes Buch zur Behandlung weiterer Entwicklungen schreiben wollte oder nicht. Und, naja, wir haben ja diese internen Indizien aus den Evangelien bereits gesehen, auch aus der Apostelgeschichte, dass diese um 62 zu platzieren ist, ja. Die einzige Deutungsmöglichkeit für Apostelgeschichte 28, 30 bis 31, ja, ja, auch das scheint dann zu sein, dass die Apostelgeschichte um diesen Zeitraum sich gruppiert. Die präsentische Angabe über den Teich Bethesda mit den fünf Säulenhallen in Johannes 5, 2 kann auch daher rühren, dass das vierte Evangelium noch vor dem jüdischen Krieg publiziert wurde. Denn es ist nicht davon die Rede, dass diese Säulenhallen bestanden haben, sondern dass sie nach wie vor bestehen. Und, ja, der Papyrus 52 zum Beispiel, der macht auch eine Spätdatierung des Johannes-Evangeliums gegen Ende des 2. Jahrhunderts oder grundsätzlich im 2. Jahrhundert unwahrscheinlich. Vor allem, weil sich auch im Johannes-Evangelium Aussagen widerspiegeln, die einfach nicht ins 2. Jahrhundert passen und auch keine Lehren des 2. Jahrhunderts widerspiegeln, etc. pp. Und der wichtige Hinweis für die Datierung der Evangelien jetzt in der Notiz des Irenaeus von Lyon, der kann durchaus aus einer römischen Gemeindebibliothek übernommen worden sein. Ja, und, ja, wenn man letzten Endes als einziges Manko sehen will, ja, für eine Frühdatierung, dass im Jahre 70 n. Chr. sich diese Zerstörung des Jerusalemer Tempels ereignete, die ja bereits Anklang findet in den Aufzeichnungen der Endzeitrede Jesu, dann ist dem einfach mit dem Argument zu entgegnen, dass das nicht gültig sein kann, denn viele Propheten jüdischer Tradition haben das angekündigt in Übereinstimmung mit dem theologischen Hintergrund des Zornes Gottes auf die Menschheit und, wenn man genauer hinsieht, finden sich Elemente, die entweder nicht direkt zum chronologischen oder anderweitigen Ablauf der Zerstörung des Jerusalemer Tempels und Jerusalems passen oder aber auch so unkonkrete Angaben, dass diese zwar durchaus als eine Art Ankündigung gedacht werden können, ja, die aber vor diesem Hintergrund mit der jüdischen Tradition und auch vor dem Hintergrund, dass es einen Gott gibt, der ja auch in die Geschichte eingreifen kann, kein schwerwiegender ist, sondern wir müssen halt auch einfach feststellen, dass all diese Merkmale in früheren Kriegen vorkamen und in Kriegen immer wieder vorkamen und somit diese Aussage quasi jeder auch ohne prophetischen Geist Gottes getätigt haben kann und zwar vor diesem Ereignis, weshalb eine Frühdatierung dadurch nicht ausgeschlossen ist und das einzige Argument für die Spätdatierung auf schwacher, unsolider Basis steht. Insofern muss man sagen, Ereignis hat mit dieser Notiz gute Arbeit geleistet, er hat uns ein zuverlässiges Zeugnis für die Frühdatierung der Evangelien gegeben und an seiner Notiz besteht aus historischer Sicht zur Entstehung der Evangelien kein gerechtigter und auch kein gewaltiger Zweifel.